Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge MacWarrior 5 Clans. Wir sind immer noch am nachbereiten der aufgenommenen Mission, das heißt wir spielen jetzt die nochmal die Mission Air to the Dragon Zack und wir bleiben und wir könnten eine ganze ecke mehr droppen ich weiß doch gerade ehrlich gesagt nicht mehr was wir hatten womit wir gedroppt sind wenn wir dann irgendwo noch höher gehen, ja guck mal hier, könnten wir noch einen Metalk mitnehmen zum Beispiel und du kriegst auch einen Metalk Zack so und die 45 können wir noch mal die 40 45 könnten wir auch auf 60 hoch gehen da können wir durch haben wir aber nichts mehr für würden war eine Stormcrow oder die Nova nehmen wir die Stormcrow so und damit gehen wir jetzt rein und schauen wir mal was da so los ist Edo Spaceport Cobalt, wir haben Hostile Mechs aktiviert in die Spaceport Ich muss dich erst einmal auf der Nordkohäste Die Kuretans haben die Spaceporte genommen und die Welt zu fliegen, mit Ohira Kuretans. ... und schreit auf alle von deinen Reisen und schreit auf alle jemanden, der sich in deinen Weg verletzt. Wir werden uns überwenden was wir. Ich habe Fisch-Bolge. Es ist gut. Befehl ist frei. Mach es schnell, Kobolds. Wir haben ein paar Platz. Kontakt! Star-Kernel. ... und einen Begovex. ... und einen Begovex. ... und einen Säu-Edo-Edo-Heading. ... und einen Spacemail. Zuck, zuck, zuck. Weiter geht's. Blackjack Ja man sollte aufpassen wo man mit dem Torso hin zielt und wo mit den Armen Zack zack den haben wir auch weggeholt Ja man sollte aufpassen Oh 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 So. Irgendwas stört meine Sensoren. Riot line. Elementals. Form up in the front and rear echelons. Enforcers. You will form the arrest teams in the center. Move fast people. Watch for looters and instigators. Nothing else here for us. Move out. Sky mode engaged. Hey! Check your corners. Do not let these Saretts get through our line. Fire! 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 Those mechs are using Inferno rounds. Filthy freeborns. Star Colonel. Some hostiles are deploying Inferno rounds. Multiple fires ignited. Hold the line, Hoyt. We have not yet secured the target. We have no personnel to spare. Destroyed. We will hold the line as long as we are able, Star Colonel. Mist, fall back to Takedo Road. Get clear of this smoke and for Kerinsky's sake, can someone get eyes on our targets? We have a visual on the space control tower. Little over a click away. We have a visual on the space control tower. Little over a click away. By Kerinsky, the city! Destroyed. Stay focused as chaos is their cover. We cannot let Karida escape. Target. Target. Destroyed. So, now. Raven. Indicator. We have eyes on shadow binary. We have no contact with the enemy. Engage on your discretion, Cobalt. But remember, the clock is ticking. Hey! Get away from those vehicles! Halt! Strava! They're rushing the ATRAS! Halt! Fire! Halt! Fire! I did not authorize you to engage! Star Commander! What the hell is going on down there? Star Colonel, downtown rioters are getting violent. Crowds are trying to rush our transports. Some managed to breach one and dove for the weapon controls. My men responded by opening fire. Clear the streets and get back control of downtown, Star Commander. Your elementals can take down battle mechs. A group of civilian protesters should pose no threat to any of you. Clear the streets! Clear the streets! Clear the streets! Drop anyone brandishing a weapon! Enforcers! Arrest anyone who resists! Target. New host target. On the Star Commander's target. New host target. New host target. Move on the Star Commander's target. New host target. Ngh! New host target. New host target. Ich bin nicht der Wart, ich bin nicht der Wart, ich bin der Wart. Oh nein Zack, wir müssen reparieren Perfekt Wir müssen die Welt entfernen Wir haben die Leute auf die Dropships Meine Leute sind überrascht Wir brauchen Unterstützung Enforcer, erzähl uns die drei Böden dass alle Flugzeuge sind bis diese Operation ist complete Niemand geht irgendwo Entschuldigung Stark-Kolonel, wir haben Augen auf der Eastern Gate Wir sehen Sie, Kobalt Wir haben noch immer kontrolliert der Gatehouse Aber es gibt viele Karidens außerhalb, die wir nicht aufstehen können Wir gehen mit ihnen und wir öffnen die Garten für Sie Ich habe nichts zu sagen, Kobalt Ich habe nichts zu sagen, Kobalt Ich mache es einfach Galaxie-Kommanders Multiple Dropship-Rackern-Spin-ups auf der Space-Port Sie sind vorbereitet Sie werden die Garten Wir gehen Wir gehen Das ist also... Woh! Incoming Missile! Ow! Engaging your target! Sun-Seal-Carrier müssen wir nicht unbedingt weg bestehen lassen, die sind ja schnell weggemacht Anomal-Dewish-Passion und jetzt noch einer ja Und wir sind doch nicht alle hinterher Ja. Los. Entweder. wasser? 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 abkühlen derzeit braucht man nicht rein Dann werden wir mal schnell hier rumgehen und schnappen uns die Fuel Reserves. So war nicht mein Plan dir in den Rücken zu schießen, aber er hat gesessen. Die Fuel Tanks verletzten. Gut, das wird ein bisschen schlafen. Aber wir können uns noch mehr kaufen. Ich habe die Spaceport's Power Relay Station. Geh das aus, und dieser Ort wird auf die Schmerzen. Da, ich sehe die Relay Station. Redaktion. Ah komm schon Sehr gut Das ist für die Relaystation In der Richtung Der ging daneben Der ging ins Gebäude Das machen wir schön Unsere Freunde ein bisschen mitmischen Mühle 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 Was ist das? Es sieht aus, dass sie eine Runde machen können, mit dem sie haben. Du siehst den Schiff, bevor es sich schlägt. Das ist unsere letzte Chance, um ihn zu spüren. Du hast ihn gehört, Cobalt. Keine Entfernung. Keine Entfernung. Keine Entfernung. Ich bin gegen Union Dropshift. Der Reaktor geht kritisch. Untertitelung des ZDF. Seht ihr. Seht ihr. Die Tür ist öffnend. Find Cover, Cobalt. Das muss die Prinzess' Bodyguards sein. Sie müssen auf der letzte Seite sein. Sie kommen zu Hause. Sie sitzen doch. Sie fallen. N Spiel sie geht nicht abonniere dich. Die Nodule hält wir. Das ist unser Bestespflicht. Die Star Commander haben gestattet ihr. Sie Tieren oder sie sind gefährlich. Double AC5 bitte weg Sehr gut Double Large Laser als nächstes weg Fünf mediums, können auch gerne gehen Double Large Laser, kann nicht weg, komme ich nicht dran Kein Saft mehr, zu viel Saft drauf gegeben Sehr gut Weg damit Weapons online On the Star Commander's target Target destroyed On target Star Commander Weapons online Einmal schnell abkühlen Boah Wasser ist ja wirklich sehr gut Ha 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 Destroyed New target Incoming missile Unit now New target Subsystem destroyed Target Destroyed So Und auch das letzte Subsystem New hostile detected Centurion Incoming missile Forming on you Star Commander Destroyed New target Forming on you Star Commander Forming on you Star Commander New target New target New target Oh Boah Sehr gut Schnappt euch mal bitte das Rebochet Okay Gut Underworld Ich sehe gerade Mein Arben flöten gehen Ich würde die gerne behalten, wenn es wirklich ist Auf 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 Nicht stehen bleiben Auf 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 Das ist der Kommandert. Es ist gelade. Die Begründung hat angefangen. Geh raus! Wir haben unsere Fenster geöffnet. Und wie ich sagte, O-Hiro kann das System nicht unter irgendwelchen Umständen. Kobold! Geh ein Sensor von der Reaktor. Wir benutzen ihre Signature der Drive. Wir benutzen ihre signature, um sie zu targetetzen. Geh schnell! Na ja, da renne ich aber eben einmal durch. nein warte ne wehrt euch Ich habe das Gefühl, dass ich die Daten verabschiede habe. Weapons at the ready All systems green galaxy commander waiting on your order They were fools to ever think we would let them get away with that Galaxy commander I'm afraid they already have What did you mean Comstar has just validated a transmission sent to our HBG station from a small shuttlecraft on route to a pirate jump point The prince was on board And safely in kuritan custody How the watch validated kurita's plans My contacts say the dropship plan was intentionally leaked to deceive you giving their shuttle an opening to escape To Get out Get out I'm sorry I said Get out All smoke jaguar forces I am ordering a full withdrawal from Edo I want all personnel Vacated from the city within the hour Galaxy commander What of the riots The ryogawa mechs Leave them Let them wallow in that cesspool of a city They They will get what they deserve Okay 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 ja und da ich weiß was da kommt gehen wir einmal ganz kurz ins archiv das wäre nämlich die filmsequenz die danach kommt die katzen die 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 Jetzt schau ich zurück. Ich werde mich nicht wiederholen. Ich verstehe, Galaxie Kommand. Sie sind zurückgekehrt. Warum sind sie zurückgekehrt? Was ist denn passiert? Warum haben sie uns zurückgekehrt? Wir müssen wiederholen. Wir sind unterteilt? Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Die Bewerbsgeräte von der Bewerbsgerät. Wir sind an der Anwälte. Wir bekommen, Star-Kernel. Alle Bewerbsgeräte auf die Station. Sie sind auf die Bewerbsgeräte. Obtämmen Feuer und sie zuerst. All targets destroyed. Skies are clear. Galaxy Commander? Awaiting orders. Fire everything. Oh, it's almost getting mixed now. Oh. ein relativ unangenehme szenerie und mit diesen bildern verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten mal zu einer weiteren folge macworld 5 clans machts gut ciao